Fatuna Düsseldorf gewinnt beim KSC und schiebt sich somit auf Platz 6 in der Tabelle nach vorne. Hat jetzt 20 Punkte, hält Anschluss an die Aufstiegsplätze und es bleibt weiter spannend in der Liga. Hatten zwar weniger Ballbesitzer als der KSC haben, aber mehr damit gemacht, muss man ganz klar sagen. Haben es deutlich besser hinbekommen und das sieht man ja auch, weil sie zwei Tore geschossen haben. Und beim KSC muss man einfach sagen, wenn du keine Tore schießt, da kannst du auch nicht gewinnen. Das ist einfach ein Fakt. Und für mich heute Mann des Spiels ganz klar Pettersson für die Düsseldorfer, der in der siebten und in der 22. Minute das Spiel quasi schon im Alleingang entschieden hat. Denn torschussmäßig war es vielleicht ein bisschen pro Düsseldorf, aber der KSC hatte auch einige Chancen, um selbst ein Tor zu erzielen. Und da sage ich immer wieder, wer seine Chancen nicht nutzt, der kriegt das am Ende eingezahlt. Und das war dann am Ende der Fall, dass Düsseldorf jetzt die Punkte aus Karlsruhe führt. Denn Karlsruhe, finde ich, hat gar nicht schlecht gespielt. War ein ausgeglichenes Spiel, bloß Düsseldorf hatte halt einen Mann, der das Ganze entschieden hat. Und das war Pettersson. Und ja, der KSC rutscht jetzt ein bisschen ab. Nicht dramatisch, aber jetzt sollte man wieder langsam anfangen, regelmäßig viele Punkte zu sammeln. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video und ciao und bis zum nächsten Mal.